Kleidung verändert nicht nur das Image, sondern verändert auch die Wirkung auf andere Menschen. Sie hat darüber hinaus auch einen Effekt auf die innere Haltung und das Selbstbewusstsein. Zum einen signalisiert es die Zugehörigkeit Ihres Betriebes, zum anderen stärkt es das Gruppengefühl. Arbeitskleidung ist die Visitenkarte Ihres Unternehmens. Berufsbekleidung strahlt bei Ihren Kunden Professionalität und Kompetenz aus. Diese Fakten kommen nicht von mir, sondern sind wissenschaftlich belegt durch die California State University. Hallo erstmal, mein Name ist Albert Sussini und ich bin Geschäftsführer der Frischtex GmbH. Wir von Frischtex sorgen für top gepflegte, geprüfte und einsatzbereite Arbeitskleidung. Aber was braucht Ihr Unternehmen wirklich? Wollen Sie Arbeitskleidung kaufen, nur waschen lassen oder im vollen Leasing erwerben und mit der ganzen Organisation nichts mehr zu tun haben? Sie müssen vorab entscheiden. Wir möchten uns Zeit für Ihr Unternehmen und Ihre Bedürfnisse nehmen. Bei uns sind Sie nicht nur eine Nummer im System, sondern ein individuell betreuter Kunde. Wir wollen mit Ihnen zusammenarbeiten. Deshalb lassen Sie uns ermitteln, welcher Service für Sie in Frage kommt. Wir benötigen 20 Minuten Ihrer Zeit, um ein maßgeschneidertes Konzept für Ihr Unternehmen gemeinsam zu entwickeln. Das Ganze machen wir entweder über Zoom, über das Telefon oder ganz bequem bei Ihnen im Betrieb vor Ort. Ganz einfach und unkompliziert. Lassen Sie uns Ihnen die Arbeit abnehmen und konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft. Buchen Sie jetzt einen Termin rechts neben dem Video.